Hey euch, hier ist Rania und die Izzy und ich. Wir sind heute hier im Wasserpark und die Izzy schaut sich hier schon die Karte an. Auf welche Rutsche geht zuerst gehen? Was? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Überall nur Wasser. So, warte mal. Ah, schon wieder im Wasser gelandet. Was soll denn das? Ich meine, das ist ein Wasserpark. Das kann schon da passieren. Da muss man ein bisschen aufpassen, wo man hinläuft. Ich habe sogar keinen Badeanzug an. Oh, das ist nicht gut. Ich habe auch keinen Badeanzug an. Ich meine, wir werden komplett nass. Okay. Tag, siehst du, da habe ich mein Bikini schon an. Wunderbar. Okay, dann ziehe ich mir auch erst mal meinen an. Warte mal eine Sekunde. Ich hätte gerne... Zack, hier sieht es ganz süß aus mit den Gänseblümchen. Nein. Nein? Oh. Nein! Verstehe. Was habe ich gezahnt? Warte, kann man das abmachen? Ja, guck mal, du kannst dein Hut entfernen. Ja, weil jetzt will ich meine Haare save. Ich sage doch, ich verliere meine Haare. Jetzt muss ich mir den Hut aufsetzen. Okay, we're ready. Wir sind heute hier mit dem glatzköpfigen Easy im Wasserpark mit dem schönen Sombrero auf. Das ist wirklich eine Urlaubsstimmung, die du hier verbreitest. Wirklich schön. Okay, folgendes Konzept, bevor du rutschst. Bedenke bitte. Erstmal musst du dir einen Ring nehmen. Okay. Ich habe doch schon einen dabei. Einen Rettungsring. Und zweitens ist natürlich sehr wichtig, dass du hier dem Ganzen eine faire Bewertung gibst. Wir wollen ja hier die beste Wasserparkrutsche der Welt finden. Okay. Das heißt, wir können nicht einfach leichtfertig hier runterrutschen und denken, oh ja, was kann ich... Wir können leichtfertig hier runterspringen! Nein! Oh mein Gott, okay. Wir machen das Video alleine weiter, da ich sehe, wie ich gerade... Ich bin wieder oben. Hi. Okay. Okay. Bist du bereit? Der Ring kann man scheinbar nicht nehmen, leider. Ich bin bereit. Let's go! Du zuerst. Wir können gleichs hier nicht rutschen, wenn du möchtest. Okay. Und wann geht's los? Ich drück den Knopf, okay? Okay, drück ihn. Und los! Ich habe ihn gedrückt. Ja, wir müssen hier vorbei. Okay, wir müssen hier vorbei. Okay. Schönes Muster auf jeden Fall. Ich stehe, aber was natürlich jetzt an der Konzeption der Wasserrutsche zu denken gibt. Ja, und es ist kein Wasser da. Doch jetzt hier! Das war schön, oder? Das war hübsch, ja. Wuh! Yeah! Wir haben den Ringel hier einmal aus. Für mich, ich würde sagen, da das die erste Rutsche war, ist es eine 5 von 10. Ja, finde ich auch. Ja? Also mehr würde ich nicht geben. Aber die Regenbogenrutsche sieht cool aus. Die Regenbogenrutsche sieht cool aus, stimmt. Ich glaube, wir müssen da hochlaufen. Es ist alles Wasserrutsche, aber es sieht so ein bisschen aus, als wären... Ne? Jetzt werden wir nur mit wenig Wasser betrieben. Dann werden wir auch nicht so nass. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber warte mal, da ist so eine unsichtbare. Siehst du die da oben? Oh, die blaue. Oh ja, die sieht cool aus. Okay, lass erst die Regenbogenrutsche machen, okay? Das ist die Regenbogenrutsche machen, okay? Warte, du nimmst die Regenbogen und ich nimm die hier rechts. Äh, links. Okay? Okay, okay, okay. Ready? Dann kriegen wir schneller unter. Okay, dann 3, 2, 1 und go! Okay, let's go! Oh mein Gott. Die Regenbogenrutsche ist sehr verwirrend. Du rutschst wirklich? Yeah! Ich bin stecken geblieben. Ich hasse die Regenbogenrutsche. Ich bin unten! 2 von 10. Regenbogenrutsche, 2 von 10. Ja, aber cool. Keine gute Erfahrung. Okay, okay, warte mal. Hier links ist so eine Art Röhre. Siehst du die? Warte, das hier? Aha. Ich hab keine Ahnung, was es sein soll. Warte, ich schrück mal hier kurz den Knopf. Und da rein? Oh, jetzt bin ich da drin. Okay, ich denke, hier ist es zu spät. Jetzt muss ich... Oh mein Gott! Ich bin hier... Oh mein Gott, ich bin hier komplett runterge... Fallen, freier Fallen. Was? Ähm, gute Überraschung. Bist du auch? Oh ja, da kommst du. Ey, wir können schwimmen, Räuner. Voll cool. Oh ja, voll cool. Darfst du mal zur großen Wasserrutsche wieder portieren, okay? Okay, okay, okay. Vielleicht ist es die blaue. Jups. Okay, ja. Guter Call. Was würdest du der Fallrutsche hier geben? Kurz um der Vollständigkeit halber. Oh, du hast deinen Hut verloren. Ah, nee, das ist nicht du. Was, nein, ich hab die noch auf. Die sieht nur genauso aus, weil die auch die Haare hatte. Ach so, möglicherweise. Okay, bis dann. Tschüss, Ronja. Oh, warte mal. Warte, nein, da ist doch... Okay, okay, okay. Okay, setz dich. Ich versuch's doch. Oh. Ich versuch's, ja wirklich. Ich kann mich nicht setzen. Oh nein. Es ist kein Platz für mich frei. Okay, ich bleib einfach drauf stehen. Okay. Das ist riskant, was du da tust. Na, das passt schon. Du cruist einfach. Oh, da war so ein Speedhard-Ding, oder? Yeah. Oh, das ist voll cool. Die waren ab 16. Und die waren auch richtig gruselig. Also, ich glaub, damit du groß genug bist, oder irgendwas. Okay. Das ist wie ein bisschen bei Achterbahnen, dass man unter, weißt du, einer gewissen Länge nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls sollte man da älter sein. Und die hatten dann auch richtig gruselige Namen, wie irgendwie das schwarze Loch oder sowas. Und du hast einfach nur so ein Ding gesehen, quasi wie bei der Fallrutsche, wo du reinsteigst. Und das dann einfach in die Tiefe geht. Ich hab mich nicht getraut. Ich hab richtig genau abgestimmt. Oh, no. Oder ich höre nichts. Hier vorne ist der aufblasbare Park. Aufblasbare Park. Yeah. Und halt. Okay. Hä, das ist schon cool. Guck mal, das ist wie so eine Art Parkour, glaub ich. Oh, das sieht richtig funny aus. Okay, kommt hier hoch. Warte, warte, ich guck hier mal erst mal auf der Karte. Aha. Aufblasbare Park. Ist hier hinten? Hä, das klingt richtig fun. Stell dir mal vor, sowas wie hier gäbe es im richtigen Leben. Und man könnte dann so hoch hüpfen und dann kann man ins Wasser springen und dann gibt es hier die Dampftube. Warte, jetzt kannst du rein, oder? Oh, okay. Nee, warte mal. Ich weiß nicht. Nee, die macht nur Dampf. Ach so. Nee. Na gut, dann geht es hier weiter. Dann machen wir den Parkour weiter. Ja. Oh, dann muss ich hier hoch. Entweder da hoch oder zu dem Schiff da. Oh ja, hier kann man hochklettern. Hier kann man hochklettern. Ich geh zum Schiff. Okay, tschüssi. Oh, hier ist so eine aufblasbare Rutsche. Oh, das klingt richtig funny. Nein, echt jetzt? Warte auf mich. Ich will doch mitkommen. Das klingt funny. Bist du? Du kannst eine Münze einsammeln, wenn du schnell bist. Ich versuche hier nach und vor auf die... Ah, hier hab ich's. Die Plattform zu springen. Oh. Wurde ungenietet. Oh, ich sehe dich im Hintergrund. Yeah, wo bist du? Ah, hier. Ich wurde schon getroffen. Vom Propeller. Nein, ich stehe jetzt am Rand. Mir passiert nichts mehr. Okay, wer mehr länger in der Mitte bleiben kann, hat gewonnen. Okay, okay. Dann, warte. Ich stelle mich auf die andere gegenüberliegende Seite. Okay. Bin hier gerade runterkatapultiert worden. Okay, dann drei, zwei, eins und go. Oh. Oh mein Gott. Oh, das ist richtig schwierig. Ja. Okay. Die drehen sich so schnell. Ich hab einen guten Rund. Ich hab einen guten Rund. Ja, Ronja. Du, du, du schubbelnst. Nee, nee, nee. So macht nicht mehr länger in der Mitte bleiben kann. Doch, ich bin in der Mitte. Ich hab das Gefühl, ich hüpfe auf die gelben Dinger. Nicht zwischen denen. Ja, ich auch. Ja, Ronja, hab ich wohl gewonnen. Nein. Ich überlege, ich bin hier noch drin. Warte. Ich stehe nicht auf. Ich weiß. Ich vermute. Was ist das? Kann man hier rüberlaufen bei das Seil? Ich kann hier chillen. Ich kriege hier keinen Schaden. Das ist nice. Aber warte, hier drüben. Nein. Oh mein Gott. Hi, Ronja. Warte, 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 warte. Ich will auch. Yeah. Uh. Jetzt ist es voll cool. Not bad. Oh, das gibt es auch manchmal in so Trampolin-Parks. Sehst du, dass du darüber balancieren kannst und da drunter so dieses Schaumstoff-Zeug ist? Weißt du, was ich meine? Diese großen Schaumstoff-Plätze? Ja, kannst du sowas? Nee. Nee, auch nicht. Aber ich liebe Trampolin-Parks. Warst du mal an einem? Ich war ihm. Ja, ja, ich war mal an einem. Oh, das ist wirklich funny, gell? Vor allem, du hast diese Socken an, die so diese Nopsis unten dran haben, damit du nicht ausrutschst auf Trampolin. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie... Ich hab die immer noch. Echt? Für uns musste man die kaufen. Was haben wir denn oder was? Warte mal. Oh, warst du mal was? Meinst du, wir schaffen es da vorbei? Okay, ja, ja, ja. Pass auf. Weil das Buß sind allen weg, ne? Oh, okay. Okay, bist du ready? Willst du anfangen? Äh, lass zusammen machen. Okay, lass zusammen machen. Okay, bereit? Zum Strand. Drei, zwei und eins. Hier ist es schön. Nein! Wie in die Ferne? Warte, können wir da drauf sitzen? Das ist eine Sitzplätze. Wie mies. Oh, lol. Warte, ich bleib auf einem drauf. Denkst du, Mike, wir los? Nein, das geht schon. Ja, ja. Oh, schnell. Nein! Das war zu langsam. Okay, Mike. Du musst uns ziehen. Los, los! Ja, was ist das? Haben wir das gesehen? Man kann rennen. Man konnte die ganze Zeit rennen. Ich kann auf Lauf stellen. Ach, ich bin auch fast gefahren. Okay, let's go! Oh Gott, das sah schön aus, was du da gemacht hast. Was ist das hier? Warte, nein, die Münze, ich will sie auch haben. Warte, was ist das da hinten? Warte, was ist das da hinten? Warte, war du da schon? Bei dem... Oh, 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 oh. Ist das der Wasserpark? Weil da ist so eine... Na, was soll. Ist das da runter hier? Oder wieder hoch? Dieses blaue, große? Okay, und ciao! Neben der grünen? Ja! Ja, das sind wir noch gar nicht. Oh ja. Warte mal. Vor allem, was ist denn das? Das sind so Bäume aus... Aus, warte... Oh, da ist... Nee, das sind nur Sprungtürme. Okay, ich glaub sie schon. Ja, weiß. Du bist im Jacuzzi? Okay, weißt du was? Ich geh hier schon mal die Treppe hoch. Zur nächsten Wasserrutsche, denn... Oh, Paula. Ich würde gerne... Äh, hier rutschen. Und zwar auf der... Oh, wir können auf der weißen rutschen. Dann können wir schauen, wer schneller unten ist. Die hat so zwei Linien. Okay. Okay, warte, ich mach den grünen. Let's go? Ready? Yes. Warte, du setzt dich rein? Und? Okay, ich sehe, wir sitzen beide nicht. Oh! Erster! Yeah! Warte, ich glaub, das sind Sachen, die man sammeln kann, oder? Ähm... Ich seh keine. Oh, ich wurde hier... Ich dachte, hier, man kann... Warte mal. Aber bei Wilder ist so eine Glasabtrennung zwischen den einzelnen Beckens. Wahrscheinlich gar nicht dumm, damit du nicht von den anderen Rutschen dann hier aggressiv angerammt wirst. Ach, das ist so Rutschen hier. Das sieht richtig cool aus, gell? Weil du hast den ganzen unsichtbaren Teil oben. Da ist sogar Wasser drin, wenn ich mich nicht täusche. Lass uns mal finden, wo das reingeht. Ja, hier vorne halt. Hier oben musst du drin. Oh mein Gott, guck mal, hier geht das unter Wasser. Siehst du das? Ja, das ist halb, Jaron. Ja, komm mit hoch. Okay. Hier ist sie. Ich sag, das ist wahrscheinlich die beste. Wie es nach außen aussieht, ist das eine 10 von 10. Wobei ich die hier neben auch ganz cool finde. Die pinken? Ah, nee, die andere blaue. Ich weiß gar nicht, welche du meinst. Ah, da bist du ja endlich. Hast du dich verlaufen? Du hast gesagt, die unsichtbare Rutsche. Hier gibt es viele unsichtbare Rutsche. Ich meinte die hier, die durchsichtige. Ja, ja. Genau, hätte ja jeder sagen können. Ja, ich meinte aber die. Okay, bist du ready? Yeah, let's go. Come on. Okay, dann 3, 2, 1 und go. Oh, hier ist Wasser drin. Das ist gut. Das macht uns schnell. Ich will endlich mal eine richtige Wasserrutsche. Oh, ich bin gerannt. Oh mein Gott, in der Rutsche rennen. Du bist so schnell. Oh, ich will die unbedingt nochmal machen. Die hier, siehst du das? Ja, die blaue, gell? Die blaue, ja. Wo geht es denn da los? Ich glaube, wieder bei der großen gelben Rutsche. Bei der großen gelben? Äh, Treppe. Jedes bei der großen gelben Treppe. Die Treppen besteigen. Aber keine Sorge, ich nehme zwei Stufen auf einmal. Ich bin hier oben schnell wie der Wind. Ja, perfekt. Okay. Oh, wollen wir uns einen Ring holen? Okay. Können wir uns einen teilen? Ich glaube, oder? Ich glaube nicht. Okay, lass go. Bleib im Ring. Ich versuche im Ring zu bleiben. Nein, hier ist er. Warte, und... Oh, nein, hier ist auch kein Wasser. Oh Gott, der Ring. Ich bin glücklich, wenn ich da geblieben bin in dem Ding. Tschüss, Ring. Die Wasserrutschen hier am Konzeptionsschwächen. Irgendwie schon, oder? Guck mal hier. Oh, das war richtig fun gewesen. Stell dir mal vor, wir und der Ring, wir sliden hier durch. Dann geht es hier hoch und dann geht es hier wieder runter. Yeah. Aber so... Komm nicht runter! Ich auch, ich renne meinen Charakter auch die ganze Zeit. Ich mache das nicht. Meine Hände sind beide oben. Okay. Ich will hier runter. Hallo, bitte. Hm. Schwierig. Was würdest du hier für ein faires Rating geben? Ah, so zwei von zehn. Zwei von zehn. Zwei von zehn ist gut. Ich glaube, jetzt haben wir die meisten Rutschen, oder? Ich denke auch. Ich bin in den Wald gegangen mit den weißen Bäumen. Oh, ich komme zu dir. Das ist richtig cool. Hier ist so eine heiße Quelle. Oh, wirklich? Ja, sowas in der Art. Das sieht ein bisschen aus wie die Pools, die ich früher in Sims in meinen Garten gebaut habe. Weißt du, mit diesem Landschaftstool. Oh, yeah. Wo man so ein bisschen einfach Erde weg macht. Und dann kommt, kann man Wasser reinmachen. Naja, gut. Das war es jedenfalls mit einem Tag im Wasserpark. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch oben da. Und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Da kommen nämlich auch viele coole Videos. Und dann sehen wir uns im Nächsten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal.